Ja, da haben wir Nico Baumann in Weiß, sein großer Bruder Hubert Baumann, jahrelang mit dem und Landbahnfahrer auf den Mitgeführungsgericht, viele Male gefahren und sein kleiner Bruder möchte ihm jetzt nacheifern und in seine Fußstapfen treten. Also Nico Baumann in Weiß, Rot-Max Streller, Blau haben wir Len Joris Mixi und Gabe Felix Gütemeier. Max Streller mit einem Bombenstart vor Nico Baumann, die Damen und Herren, Joris Mixi und Gabe Gütemeier. So geht es in die letzte Runde, ja die Kinder hier zwischen 6 und 10 Jahre alt und sie wollen und der Max, der macht das nicht in Rennbekommen und holt sich jetzt hier 3 Punkte, damit hat er schon 6 Punkte, Maximum auf Konto, 2 Punkte, Nico Baumann in Weiß, dann 3 Punkte, 1 Punkt, Blau Len Joris Mixi